Wenn Teufel Erste Sünde fördern, so locken sie mit Frau Schein, wie ich da jetzt. Tja, weil der gute Tropf in der Symmona dringt, ihm beizustehen, und sie ihm mit Nachdruck sein Bezug begünstigt, träuf ich den Giftgetränk im Hotelusbruch, das sie zu eigener Lust zurück ihm holt. Und umso mehr sie strebt, ihm groß zu tun, vernichtet sie mein Bruder.